Boah, Bro! Ja, das schmeckt! Von UNO auf 22 Karten! Was soll das? So lecker, ich guck's dir an! Wir streamen jeden Abend parallel und kriegen's nicht hin, mal irgendwas zu daddeln und jetzt landen wir bei UNO. Aber ist geil, ich fahre UNO extrem. UNO ist doch Baba, also holly. Ich muss gleich nochmal die Regel von UNO ganz kurz mit euch durchgehen. Wenn ich ehrlich bin... Hey, wie kann dein UNO und ich bin lost, Junge? Ey, Jungs, ich weiß nicht, wie UNO geht! Los! Ich bin ehrlich zu euch, ich muss gleich gucken, ob ich UNO noch verstehe. Du legst eine weitere... Max, ich möchte mich übrigens entschuldigen bei euch, dass ich eure Warze kaputt gemacht hab. Das tut mir wirklich leid. Aber die Warze war trash, dude. Bin ich dir heute noch echt super... Ich hab jeden Tag nur an die Warze gedacht. Das dachte ich mir schon, deswegen wollte ich das kurz auflösen, weißt du? Ich heiße auf ganz ganz stark RealReWinZeit. Ich bin der echte ReWinZeit, weißt du? Alter! Ich heiße Rumatra123. Das ist doch so ein Tricks. Wir haben wieder bis zu 13. ReWiGott ist ja ein Video gemacht zu Vermögen von verschiedenen YouTubern, ne? Und Streamern. Geschätzt ist Vermögen von Rumatra 800 Euro. Und dann kam September 2018 Einnahmen Minus 700. Ich weiß nicht, wie man mit YouTube Minus macht. Dazwischenlegen ist an, richtig? Ziehen bis es passt, auch? Ja, auch, ja. So, ich lade euch jetzt alle ein. Das ist ne richtig geile Regel. Jungs, ich bin wirklich nicht mehr 100% sicher, wie Ono geht. Ich erklär's dir ganz kurz. Also, es ist im Grunde wie Mau Mau. Okay, du kannst also quasi hingehen. Es gibt verschiedene Farben. Digga, Trimax. Baba-Bild, Alter. Sein Poker-Face. Oh mein Gott. Also, du kannst im Grunde hingehen und rot auf rot legen. Also gut, wir fangen an. Ich hab einen Fehler gemacht. Das ist ne Einspielrunde für... Ja, das verstehst du schon, Bruder. Für den realen ReWinzeit ist das ne Einspielrunde. Ja, spielen wir erst mal um einen Testzwanny, oder wie? Was heißt denn die Regel dazwischenlegen? Was heißt das? Wenn du jetzt auch ne gelbe 1 hast, kannst du einfach reinschmeißen, auch wenn du gar nicht dran bist. Genau, also wenn jetzt... Guck mal, Romar hat ne gelbe 3 gelegt. Wenn du die auch auf der Hand hast, kannst du die einfach reinschmeißen, obwohl du nicht dran bist, genau. Oh, F***, ReWi. Das haben wir schon verkackt, ne? Richtig. Danke, Max. Also, aufnehmen kannst du gut. Das war dein allererster Uno-Zug in den letzten 10 Jahren. Ich kann jetzt legen. Wie drück ich denn hier drauf? Achso, ich verplatte es dran. Du musst es legen. Digga, hast du noch nie Uno gespielt, oder was? Doch, schon ein paar Mal. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, 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 okay. Ne, ist strong. Ah, die Jungs, ich verlängere mal nicht. Oh, ReWi. Ah, ne, ReWi, achso. Lass dir das schmecken, Bruder. Wie viele Karten hast du da? Ich hab einfach alle Karten, Alter. Ich bin ja jetzt schon, ich bin ja jetzt schon ge***t, oder? Ja, ja. Also, hab ich jetzt schon verloren? Nein. Es gibt die Regel, wenn man nicht setzen kann, musst du so lange aufnehmen, bis du setzen kannst. Das heißt, ich hab jetzt nur noch 3 Karten. Und es könnte jederzeit sein, dass ich dann einfach so 10 aufnehmen muss, wenn ich richtig Pech hab. Und ich muss es zum Beispiel mal aufsetzen. Moin. What the F***? Ja, wie strong. Oh, das ist hingelegt. Ja, gesniped. Alter, Junge. Ich hab richtige Reactions, Junge. Ganz direkt nochmal. Gute Reactions, Junge, Mann. Digga, deutscher Unge. Oh, Latten-Daddy. Oh mein Gott, ReWi, Bro. War gut gespielt, aber von mir. Kann man nicht anders machen. Wir müssen jetzt auseinandernehmen. Max, grün, grün, grün. Gib grün, gib grün. Ich geb grün, du machst die nass. Okay, let's go, Junge. Hä, das soll ich nass machen? Doch, jetzt bist du wieder dran. Dann ist er nicht dran, Bro. Deshalb. Marta, mach ihn nass. Ich kann, was heißt die nass machen? Ich hab nur roten Karten. Alter, ReWi locker, als du was anderes setzen könnt. Nein, hätte ich nicht. Oh, jetzt hat er gewonnen. Er gewinnt jetzt. Bo, 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 bo. Al, was? Ja, Junge. Digga. Lächerlich, Alter. Wollen wir ein Turnier machen? Lass ein Turnier machen, Junge. Ja, ja, das war nur ne Einspielrunde für ReWi. Machen wir, machen wir mit, machen wir mit, mit Besprafungen. Wir können was machen mit, äh, der Verlierer muss nen Tweet machen oder so. Ja, wollte ich sein, das war mein Vorschlag. Der Verlierer, der am schlechtesten spielt, der muss den richtig schlechten Tweet machen und den anderen Gute Idee. Lass machen, ja. Alle meine Tweet sind schlecht, Alter. Kevin, was hast du zu mir gesagt? Mein Humor ist wie Humor-mäßig, ne? Facebook. Ja, du bist ne Facebook-Seite einfach. Oh ja, das hab ich sehr gefallen, das trifft's unglaublich gut. Ja, ReWi's Humor ist ne Facebook-Seite, aber echt ne gute. Man muss sagen, ne gute Facebook-Seite. Ne gute Facebook-Seite. Und ich denke, wenn irgendeiner von all meinen YouTube-Kollegen vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Gag meine Eltern zum Schmunzeln bringen sollte, dann wär das ReWi, weil der hat so nen Elternhumor auch. Geil, ich hab nur zwei Farben. Wie hoch ist das Punkte-Limit, Romatra? Was heißt das? Fünfhundert. Fünfhundert. Okay, und der Verlierer muss den Tweet ablassen. Ja. Nimm das, Papa-Platte. Nimm das, Kevin. Ja, komm. Kannst du mich mit der Papa-Platte zwei nennen? Zwei. Alter, ReWi muss ganz schön aufs Aufnehmen, ne? What the hell? Was? Die Missgeburt. Digga, ich hab's. Du den Uno, Alter. Digger. Das hab ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wir haben wirklich schon viel Uno gespielt, aber das... Zwei Schritte. Wer hat das gemischt einfach bei so nem Game, Alter? Gönnt ihr ReWinzeit. Ja, so ungefähr. Egal. Egal. Jetzt Achtung. Du darfst nicht. Was? Du darfst... Er versteht es einfach nicht. Er ist zu dumm in das Spiel, glaub ich. Hey. Wenn Romatra den Tweet machen muss, sieht ihn eh keiner. Wie viele Karten muss ich nehmen? Eins? Zwei? Drei? Passt. Dummer, Alter. Danke, Bro. Aber Platte spielt seit anderthalb Jahren konstant Uno. Stimmt das? Bro, nein. Hast du nicht Uno... Warst du nicht Katowicz sogar mit Uno? Katowicz. Uno, Katowicz. Man kennt ihn. Oh, gut. Dann zieh ich mal zehn Karten, war, Freunde? Boah, Bro. Bro. Ich liebe es, ne? Ich liebe es. Ja, das schmeckt. Oh, Junge! Ey, das war noch ein paar Karten, die bricht ihr unten an. Wie gierig. Meckerlecker, Alter. Wie lange Rewi mal überlegst und dann einfach so viel aufnimmt. Ich musste kurz nachdenken. Oh. Boah. Als wäre es so ein kranker Spielzug. Nehm mir mal eine plus zwei, weil... Bist du... Ey, du Rewi! Oh, Romatra. Du kannst nicht so schlecht spielen, Rewi. Bro, come on. Das ist wirklich unter der Gürtellinie schlecht gespielt. Gibt es mir eine Null? Na, du es bist. Ich könnte jetzt setzen. Obwohl... Aber... Aber er macht es nicht. Oh, da hat über dich Uno gesagt. Da hat dich Uno gesagt, der Loser. Oh, Rewi! Was? Wie geht es das? Rechts unten in der Ecke, bevor du legst, musst du Uno drücken. Ja, Bro. I don't know, das weiß ich ja nicht. Ey, Jungs, ich weiß nicht, wie Uno geht. I don't know. Aber nein, das wusste ich ja nicht, das wusste ich ja nicht so. Oh. Ich weiß auch noch plus zwei. Aber jetzt, Achtung. Du kannst nicht, wenn du aufnehmen musst. Hey, Bro! Oh mein Gott, first try. Jetzt weitergeben, Max. Weitergeben. Kann man nicht weitergeben. Wieso gibt es ihn ins Rot? Warum machst du... Oh. Das stackt aber leider nicht. Ne, ah, schade. Aber war es trotzdem irgendwie cool. Ja. Ja, ich hatte in Real Life Uno gespielt und ich hatte auch so viele Karten auf der Hand und ich konnte sie nicht in der Hand halten, um alles zu sehen. Kennt ihr das Problem in Real Life? Nein. Ich war so verwöhnt. Kann ich so ein Kartenfächer machen irgendwie? So lässt sich, dass du direkt nochmal einen Stuhl versteckst. Max beim Pokern, Alter. Mein Titel ist, by the way, YouTuber-Spielerabend mit Papa Platte, Revi und Co. Und Co. Und Co. Warte, war das Co? Umatra? Ja, ja. Umatra ist einfach Co. Oh, jetzt guck mal. Ja, das hab ich gut gemacht mit Uno. Hab ich gemacht. Wenn Revi von mir finished, dann kotze ich. Uno war drin. Ey, Leute, sagt mal ganz kurz, welche Farbe er hat. Ich hab alle Farben. Hat er grün, ja oder nein? Sag mal schnell. Max, das ist so unnötig. Oha. Ich sag ja kein Grün. Wenn er grün hat, wird's. Oh mein Gott. Zwei, drei. Ey, an der Stelle ganz, ganz wichtig. Kein Chat. Du hast gerade gefragt, dein Chat, du. Was erzählst du? Ich hasse Leute, die schummeln. Du hast gerade selbst geschummelt. Du hast gerade gefragt, Roby. Nein. Das hab ich nicht. Oha. Trimix, geh in dir, Bruder. Ja, geil. Ich hab ja nicht schon geliebt, ne? 18 Karten auf das. Uno, Uno, ihr. Ey, Junge, Alter. Ich hatte gerade was extrem Besonderes. Das muss ich ganz kurz erzählen. Mir wurden nicht mehr alle Karten angezeigt. Ich musste vorher ne Farbe auswählen. Von welcher Farbe ich die Karten sehen möchte. Weil mein Bildschirm nicht breit genug war. Oh Mann. Du musst dir denkst. Das deshalb haben die Esports Spieler in Uno einen großen Bildschirm. Damit die das sehen können. Oh, warte. Ich muss noch ganz kurz weg. Besser ist das. Das ist so geil, warum Matra grad weg ist. Muss er dann ziehen? Was passiert dann? Ne, der wird dann exekutiert. Kannst du den Stapel aufnehmen. Dafür, dass der Afkans kann er ganz schön gut aufnehmen. Oh mein Gott. Die Biele einfach. Bro, holy sh**. Was? Das Highlight. Schnell, 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 bevor er wiederkommt. Schnell, schnell zum Matra. Oh mein Gott, warte. Schnell, schnell, schnell. Was ist passiert? Du bist so kacke, ja. Hä, Moment mal. Hä, Moment mal. Hä, wie ist denn das passiert? Ich muss noch aussetzen. Nein, Alter. Du wirst keine einzige Frau aus. Der finischt das Game mit 38 Karten. Ich bin aber auch zu langsam. Ich kann überall dazwischenwerfen, aber ich krieg's nicht gebacken. Ich auch nicht. Das ist von den Mechanics her schwer. Ja, ja. Mechanics. Er called Mechanics. Ja, das war's. Vorbei. Und ab dafür. Ja, ab dafür noch. Komm, gib mir noch ein paar. Jawoll. Ja. Oh mein Gott. Ey, hast du auch schon die Karten so nebeneinander in Farben sortiert? Ja, ja. Gut spielst du. 25 Karten, Alter. Gab's ja noch nie, oder? Gab's ja noch nie. Volley, er ist nie dran. Er wird immer ausgelassen. Oh, double play. Robatras, tut mir wirklich leid. Oh, oh. Oh, oh. Oh mein Gott. Ich sag jetzt save eine. Nein, hab ich nicht. Oh, Alter. 29. Digga, ambitioniert. Oh. Oh, letztlich. Du darfst doch nicht. Du darfst doch nicht. Du darfst doch noch mal spielen. Oh, lässig. Na, darfst du doch nicht. Ich hab dich verarscht. Oh mein Gott, danke. Boah, Junge. Hopps, Alter. Alter, komm mit Hopps genommen einfach. Digga, schmacko. Komm, Revi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Ja, ich geb dir grün. Und du reverse mir grün zurück. Nein. Hört mal auf, wie so Technik zu machen. Das geht. Das ist normal Uno. Reverse mir grün. Oh mein Gott. Baba mäßig, Alter. Revi, du kannst legen, du Schweine. Oh nein. Wie spielst du? Das sind so viele Punkte, Bro. Oh. 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 Was ist das denn? Die setzen sich dann die Punkte zusammen. Ähm. Also, pass auf. Du kriegst quasi für ne 9, 9 Punkte. Für ne 1, 1 Punkt. Dann für plus 2 und aussetzen 10 Punkte. Und für schwarze Karten 20. Rassiert. War ne nice Mechanic. War wirklich stark gespielt, man. Ehrlich. Ich hab grad so Xylophon Musik. So diese Musik, die kommt, wenn Skelette tanzen. Warte mal. Er konnte eben nicht grün setzen. Dann lass ich ihn nochmal grün ziehen. Alter. Junge. Trimax ist so smart einfach. Ja wirklich. Man denkt immer, dass der nur große Arme hat, aber dann ein großes Gehirn. Aber er zieht gut, Romatra. Ja beide. Was? Oh mein Gott. Was? Ja. Egal, wir machen so. Wie, 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 wie spielst du denn? Ja, geil. Hediger Freddy, was ist los bei dir? Wieso schreist du so Trimax? Wie egal, wenn man so schlecht spielt. Komm ich nicht drauf klar. Oh mein Gott, Bro. Warum Rewi ist der schlechteste Spieler von uns allen? Die Musik wird einfach immer lauter. Was soll das? Das liegt daran, weil wir im Late Game sind. Die wird immer so unkontrolliert laut. Die Sch... Romatra wieder am meisten Karten, mal was ganz Neues. Es geht ja gar nicht unbedingt unbedingt um die Karten. Es geht darum, wie oft der Junge einfach aussetzen muss. Oh, f*** ich, Max. Das hat so gut getan. Ich hätte so viel andere Sachen spielen können. Dieses Game macht so sauer, ich schwör. Es ist schlimm als Mario Kart. Aber das ist auch ein bisschen geil. Das macht mich auch ein bisschen geil, Bro. Wenn du jemand so sechs aufnehmen musst, ist schon krass. Viel Spaß, Romatra. Am Ende geht's gar nicht mehr unbedingt um die Karten, sondern einfach, wer die Nerven bewahrt, ne? Was? Nein, es geht um die Karten. Wer am Ende die letzten Karten gekriegt hat, der hat gewonnen. Es geht nicht um das Nervenbewahrt. Nicht mal ansatzweise, Bro. Zieh so lange, bis du ne plus vier hast. All eyes on Kevin. Zieh einfach weiter, zieh einfach weiter. Kann ich da weiterziehen? Warte mal, warte mal. Doch, du kannst weiterziehen, du kannst weiterziehen. Oh mein Gott, Bro! Du kannst weiterziehen. Oh mein Gott, komm! Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist so sch***er. Oh mein Gott. Comeback, Alter. Oh mein Gott, du bist so sch***er. Undermal ekelhaft. Undermal ekelhaft, Alter. Digga. Guck mal Romatra, weil du's bist. Komm. Komm. Ich krieg das bestimmt. Kevin, das ist so. Geile Rache! Oh, brutale Rache! Die ganze Zeit... Der muss die ganze Zeit Karten brechen. Der frisst durchgehend sch***er, der arme Junge. Komm, Marta, deine Eltern müsste ich so hassen. Du bist so ein Loser. Wie hartnäckig er ist. Viele werden jetzt schon weggerannt heulend. Aber er versucht wirklich noch zu gewinnen. So, Revi, du hast zwei Karten, ja? Ja. Aber Kevin auch. Ja. Ja. Jetzt alle Augen auf Revi. Revi, mach ihn nass! Mach ihn nass! Revi. Oh mein Gott! Wie strong! Revi, du bist schnell reingekommen. Ich dachte echt, du wärst richtig sch***er. Als der Uno so das komplizierteste Spiel hatte. Ja, er wirft dann einfach so. Er gibt dann einfach ne Zwei weiter und du gewinnst dann, weißt du? Oh nein! Nicht jetzt die Karte gewinnen! Bitte kein Geld! Bitte kein Geld! Komm! Kein Geld! Ja! Revi, du musst ihn aufhalten! Ja! Ist in Ordnung! Ja! Ja, ja, ja! Geil! Bruder! Krass! Nicht Uno gesagt! Nicht Uno gesagt! Nein! Bruder! Ist aber sch*** egal! Digga! Er sagt nicht Uno und leg ihn nicht auf! Wie spielst du? Oh mein Gott, Alter! Was für eine Schwitzrunde, Alter! Eklig, Alter! Ekelhaft! Die war krass, die war krass! Hey, Trimax! Trimax! Max! Oh! Leck mich! Was ein Comeback, Alter! Leck mich! Leck mich! Auf dem zweiten! Und Rumatra ist wieder auf dem letzten mit 1,8,7! 1,8,7! No Trimax! Wie alt bist du? Wie alt ich bin! Schätz mal! 28! Wie geil! Was? 23! What? Wie so ein Physikstudent oder so! Der aber so gescheitert ist mit seinem Studium und jetzt streamt! Ungefähr so viel wie ich! Eigentlich genau das, was Rumatra hat ist! Mein Studium ist extrem erfolgreich! Und ich bin ein geiler Typ! Ich bin gerade Master in Luft- und Abfahrtechnik! Der macht einfach Sch***! Ja du bist so weit weg, Bro! Holy Sch***! Jaaa! Aber ich bin nicht gescheitert! Der ist echt Sch***! Sein ganzer Kurs fällt durch und er besteht alles! Der Dreckskelle! Und dann später baut er noch Revis AMG-Motor! Da kotzt ich aber! Mach ehrlich! Ich treffe dann auf diesen Namen! Die werden ja einem unterschrieben! Joey Wieland Emilian Well-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-etz-a-Ah-Ah-必ull Mom- kijken von Regen! Das ist geil, stell dir mal vor, Max wirbelt und bricht sich dabei die Hände. Das ist eigentlich so eine Romatra-Story. Oh, das Game ist nicht geändert. Ich bin ein bisschen mehr der Streamer. Oh, Sex! Oh, vielen Dank. Wirklich, danke, Mann. Ihr seid die Beste. Ich mach die Runde den Romatra. Super gut aussehen und erfolgreich sein, was? Oh Mann, Alter. Das wäre an der Stelle ich gewesen. Da musst du echt aufpassen. Du bist gerade bei Kevins Zuschauen noch neu. So welche Dinger kannst du nicht bringen? Romatra, auf den Spruch gönnt ihr, Alter. Junge, plus fucking acht, Alter. Weil du gelogen hast, Romatra, weil du hässlich und unerfolgreich bist. Revi hat nicht Uno gesagt. Ich hab ja noch viel Karten, Bro. Was willst du von mir? Mindgames. Mindgames? Ich hab solche Kopfschmerzen. Diese Musik ist so laut, die wird immer lauter, Alter. Dieser Jazzbläser soll aufhören. Ah, das ging nicht. Okay, f***. Okay, das funktioniert trotzdem. Das hat trotzdem geklappt, die Dunkel. So lächerlich, Mann, Digger. So lächerlich, guckst du dir an. Digger. Digger, ich war auf einer Karte. Ich war auf einer Karte, Mann. Ich war auf Uno, sagt man das so. Ich war auf Uno. Das ist wie so eine Insel. Ich war auf Uno. Dazwischen. Ich hab's gerettet, ich hab's gerettet, Jungs. Dazwischen. Ey, ich will nicht aufpassen. Oh mein Gott. Zieh mehr, 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 mehr. Ey. Nice, kommt. Was ist das denn für ein... Ja, Mann, Digger. Ey, das Spiel doch mal neu runter. Was ist das denn für ein Bug, sagt er? Oh, oh, oh. Der Digger, wo ist ne... Oh, oh, oh. Das war unbedingt ein Hotfix, das du. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Find ich gar nicht witzig. Du siehst immer noch. Alter. Der Digger von Uno auf 22 Karten, was soll das? Ausgerechnet 3,20 Prozent. Aufhalten, Jungs, aufhalten. Oh, das... Oh, nein. Oh, oh, oh. Oh, oh. Danke, Romatra. Beste Mann. Vielleicht... Das war vielleicht gar nicht... Nee, das kann nicht sein, Mann. Romatra muss den Tweet machen. Romatra hat sein eigenes... Ja, Ohlewitz, Romatra... Ja, Ohlewitz, stimmt. Romatra muss den Tweet machen. Wie dumm. Ja, Ohlewitz, stimmt. Ja, Ohlewitz. Ja, Ohlewitz, Mitchell. Nie. Ja, Ohlewitz, stimmt.